Der kleine Albert Ulm, 1879 Pauline Koch-Einstein ist noch jung, er ist 21. Da wird sie Mutter eines Sohnes, Albert. Mein Gott, ist er dick, findet Paulines Mutter, Alberts Großmutter. Aber das Kind ist nicht dick, nicht dicker als andere Babys auch. Nur sein Kopf ist groß, sehr groß und breit. Ist er vielleicht nicht normal? fragt sich Pauline. Ein zurückgebliebenes Kind? Doch das ist es nicht. Es ist der Kopf eines großen Denkers, des größten Physikers der Zeit. München, 1887 Albert ist acht Jahre alt. Er ist schweigsam und schüchtern. Mein Sohn kriegt den Mund nicht auf, sagt sein Vater. Ich frage mich oft, ist er nun schüchtern oder hat er einfach nichts zu sagen? Du meinst, unser Sohn ist dumm? fragt die Mutter. Der Vater antwortet nicht. Was er denkt, ist klar. Doch die Mutter ist anderer Meinung. Das siehst du falsch, sagt sie. Albert spricht wenig. Aber er ist sicher nicht dumm. Er denkt einfach viel nach. Eines Tages. Nun, vielleicht wird er noch Professor. Die Mutter hat recht. Albert denkt viel nach. Zu Hause führt Albert ein glückliches Leben. Vater, Mutter und Schwester sind immer aufmerksam und lieben den Jungen sehr. Und auch er liebt seine Familie und sein Leben zu Hause. Unter den anderen Kindern, auch in der Schule, hat er keine Freunde. Nur mit einem Erwachsenen freundet Albert sich an. Es ist der Bruder seines Vaters, Onkel Jakob. Bei Onkel Jakob lernt der kleine Albert die Mathematik kennen. Die Mathematik, erklärt ihm Jakob, ist ein Spiel. Man sucht etwas, kann es aber nicht finden. Was? Sagen wir ein Tier. Einen Hund. Einen Tiger. Das Tier nennen wir X. Das müssen wir suchen. Manchmal sehr lange. Und am Ende finden wir es. Meistens. Das Spiel gefällt Albert. Es gefällt ihm sehr gut. Wir sehen uns das Spiel zusammen an. Dann machst du ein paar Übungen und ich korrigiere sie. Einverstanden? Ja, Onkel Jakob. Albert ist einverstanden. Zusammen finden wir das Tier. Heute Abend kommt ein Student zum Essen. Sagt die Mutter. Das ist nichts Neues. An einem Abend der Woche haben sie immer einen Gast zum Abendessen. Meistens einen armen Studenten. Das ist Tradition bei jüdischen Familien. Diesmal ist es ein Medizinstudent. Er heißt Max Thalmay. Er erzählt viel von seinen Studienfächern. Chemie, Biologie, Anatomie. Willst du nicht auf dein Zimmer gehen? Fragt die Mutter den kleinen Albert. Das ist doch noch nichts für dich. Albert antwortet nicht. Er bleibt sitzen und hört dem Studenten zu. Nach dem Essen steht Albert auf und gibt Max die Hand. Vielen Dank für den schönen Abend. Das war wirklich alles sehr interessant. Findest du wirklich? Max wundert sich. Er kommt dann öfter zum Essen. Immer wieder spricht er mit dem kleinen Albert. In dem Alter, sagt Max den Eltern, interessieren sich Kinder sonst nicht für Wissenschaften. Aber Albert ist anders als die anderen. Er ist intelligenter. Viel intelligenter. Max macht der Familie einen Vorschlag. Ich will mich um den Jungen kümmern. Lassen Sie mich sein Lehrer sein. Nach der Schule. Dort lernt er zu wenig. Die Eltern sind einverstanden. Jetzt hat Albert einen Lehrer. Max bringt Albert Mathematik bei. Aber bald weiß Albert mehr als sein Lehrer. Da ist er 13. Es ist kurz nach den Sommerferien. Gut, sagt Max. Das soll genügen. Sprechen wir über etwas anderes. Was hältst du zum Beispiel von Philosophie? Von Kant. Was für eine Frage. Albert ist Feuer und Flamme. Mit Max Hilfe öffnet sich eine neue Welt. Zu Hause spielt Albert Geige. Er spielt gut und gern. Zu Hause mit Onkel Albert und mit Max lernt Albert viel. Aber Albert ist nicht immer zu Hause. Wie alle Kinder muss auch Albert in die Schule gehen. Er besucht eine staatliche Schule, das Luitpold-Gymnasium. Er ist kein guter Schüler. Er ist nicht in allen Fächern gut. In Mathematik ist er der Klassenbeste. Doch Geschichte und Geografie interessieren ihn nicht. Und seine Noten sind schlecht. Du bist so ein intelligenter Junge, sagen Lehrer und Eltern immer wieder. Warum lernst du nicht? Ich lerne schon, antwortet Albert. Aber in der Schule soll ich nur lernen und nicht nachdenken. Und ich will nicht lernen, ohne nachzudenken. Nachdenken lehren wir in der Schule nicht. Das stört den jungen Einstein. Und noch als alter Mann sagte er es immer wieder. Die deutsche Schule ist schlecht. Nur Ordnung und Disziplin sind dort wichtig. Die deutsche Schule ist eine Kaserne. Kein Kind lernt gern in einer Kaserne. Albert geht nicht gern in die Schule. Er mag seine Lehrer nicht. Auch von seinen Mitschülern will er nichts wissen. Auch sein Hauslehrer und Freund Max sagt, Nie sehe ich Albert mit Gleichaltrigen zusammen. Es ist wahr. Albert hat keine Freunde in seinem Alter. Langweilt er sich mit ihnen? Finden sie ihn komisch? Albert ist das egal. Was er in der Schule nicht findet, bekommt er zu Hause. Eines Tages ruft sein Vater ihn zu sich. Albert, sagt er. Deine Mutter, deine Schwester und ich, wir gehen aus Deutschland fort. Warum? Was ist denn los? Unser Unternehmen ist bankrott. Aber ich will etwas Neues anfangen. Die Familie deiner Mutter hilft mir dabei. Ich will in Italien ein neues Unternehmen aufbauen. In Italien? Da komme ich doch mit. Nein, Albert. Du musst hier das Gymnasium besuchen. Es tut mir leid, Albert. Aber du musst hier bleiben. Da ist Albert 15. Albert bleibt allein in München. Er lebt in einem möblierten Zimmer. Jeden Morgen geht er in die Schule. Er fühlt sich allein, ohne Familie. Er wird von Tag zu Tag trauriger. Dann wird es ihm zu viel. So kann und will ich nicht leben. Ich muss weg hier, zu meiner Familie, nach Italien. Eines Tages kommt Albert etwas später in die Schule. Er geht nicht in die Klasse. Er geht zum Direktor. Er ist mit ihm verabredet. In der Tasche, zwischen den Seiten des Mathematikbuchs, liegt ein ärztliches Attest. Ich kenne den Schüler Albert Einstein seit neun Jahren. Er leidet an einer chronischen Bronchitis. In den letzten Monaten hat sich der Gesundheitszustand meines Patienten sehr verschlechtert. Ich rate zu einem längeren Kuraufenthalt in südlichem Klima. Das zeige ich dem Direktor. Er soll mir ein Stück Papier geben, auf dem steht, dass ich gut in Mathematik bin. Das ist nicht das Abitur, nichts Offizielles. Das kann er machen, der Direktor. Und mein Vater ist zufrieden, vielleicht. Der Direktor wartet schon auf ihn. Guten Morgen, Herr Direktor. Was kann ich für Sie tun? Fragt der Direktor. Einstein zeigt ihm das ärztliche Attest. Ich bin krank, Herr Direktor. Ich kann Ihre Schule nicht mehr besuchen. Aber ich will nicht ohne Zeugnis fortgehen. Sie wissen, ich bin gut in Mathematik. Können Sie mir vielleicht eine Bescheinigung geben? Der Direktor sagt nichts. Er sieht ihn an. Sie sind frech, Einstein. Wissen Sie das? Jawohl, Herr Direktor. Wir wissen beide, dass Sie hier nicht gerade als guter Schüler bekannt sind. Der Einstein lernt nicht, sagt man mir. Der Einstein ist faul. Er schläft in der Klasse. In Mathematik, Herr Direktor, bin ich der Beste in der Klasse. Der Beste in der Klasse. Der Beste in der ganzen Schule. Herr Direktor, das wissen Sie doch, oder? Junger Mann, Sie sind nicht nur frech, sondern auch arrogant. Jetzt sieht der Beste in der Klasse. Jetzt sieht der Direktor wirklich böse aus. Albert wird langsam nervös. Meine Bescheinigung kann ich vergessen, denkt er. Es ist sehr still im Büro des Direktors. Der Direktor denkt nach. Natürlich ist dieser Einstein arrogant. Aber der Direktor ist selbst Mathematiklehrer und kennt den Schüler. Dieser Einstein ist wirklich sehr gut in Mathematik. Mehr als das. Vielleicht ist er ein Genie. Da ist diese Arroganz normal. Also gut, Einstein, sagt er. Herr Direktor, ich stelle Ihnen die Bescheinigung aus. Albert dreht sich nicht um, als er aus der Schule kommt. Noch am selben Abend geht er zum Bahnhof und nimmt den nächsten Zug nach Italien. Als der Zug abfährt, zieht Albert nicht aus dem Fenster. Die Stadt, in der er so lange gewohnt hat, interessiert ihn nicht mehr. Er hat seine Geige und seine Mathematikbücher bei sich. Die Schweiz und Italien Alberts Eltern und seine Schwester wohnen jetzt in Pavia, in Norditalien. Er bleibt den ganzen Sommer dort. Es ist ein wunderbarer Sommer für den jungen Albert. Er ist viel an der frischen Luft. Eines Morgens zieht Albert bequeme Schuhe an und holt den Rucksack aus dem Schrank. Er will nach Genua, zu Fuß. Albert liebt Italien, den Sommer und die Ferien. Aber der Sommer geht zu Ende. Was soll aus dem Jungen werden? Fragen sich die Eltern. Wovon willst du denn leben, Albert? Du musst weiter lernen. Dann kannst du Ingenieur werden wie dein Onkel Jakob. Albert hat keine Lust, Ingenieur zu werden. Aber er tut, was der Vater sagt. Er schreibt sich für die Zulassungsprüfung an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich ein. Albert ist 16. Erst mit 18 kann man normalerweise auf die Universität. Er versucht es trotzdem. Am nächsten Tag geht er zum Rektor. Aha, sagt er. Einstein, Albert. Mathematik, Physik, Chemie, sehr gut. Literatur und Geschichte, mangelhaft. Die Kultur, junger Mann. Was soll ich denn tun? Fragt Albert. Sie sind noch sehr jung, Herr Einstein. Gehen Sie noch ein Jahr zur Schule. Machen Sie das Abitur. Und dann kommen Sie zu uns zurück. Der Rektor hat verstanden, dass er es nicht mit einem normalen Jungen zu tun hat. Ein Wunderkind, denkt er. Ein Jahr lang besucht Albert das Gymnasium in Aarau in der Schweiz. Diese Schule gefällt ihm gut. Es ist keine Kaserne wie die Schule in Deutschland. Die Lehrer sind freundlich und nett. Mit seinen Mitschülern versteht Albert sich gut. Das ist etwas Neues für ihn. In Deutschland hatte er keine gleichaltrigen Freunde. Die Schweizer Schule gefällt mir, sagt sich Albert. Die Schweiz gefällt mir auch. Viel besser als Deutschland. Ich will Schweizer werden. Deshalb gibt Albert mit 17 die deutsche Staatsbürgerschaft ab. Wenig später wird er Schweizer. Das bleibt er viele Jahre lang. Als er das Abitur bestanden hat, beginnt Albert das Studium an der Technischen Hochschule in Zürich. Er trägt jetzt einen Schnurrbart. Die Frauen mögen ihn. Den jungen Mann mit den dunklen Haaren und tiefbraunen Augen. Nur fünf Studenten besuchen seinen Kurs an der Hochschule. Albert ist der Jüngste der Gruppe. Er ist erst 17. Die Älteste ist eine Frau. Mileva. Mileva ist 21 und Tochter serbischer Eltern. Eine Frau an der Technischen Universität. Das ist zu dieser Zeit eine kleine Revolution. Mileva studiert viel und bekommt gute Noten. Sie gefällt Albert sehr. Besonders schön ist sie nicht. Sie hinkt auch ein bisschen. Aber sie ist sehr intelligent. Mit dieser jungen Frau kann Albert über das sprechen, was ihn interessiert. Mathematik und Physik. In den Ferien fährt Albert zu seinen Eltern nach Italien. Sie wohnen jetzt in Mailand. In einer Wohnung im Stadtzentrum. In der Nähe des Doms und der Galleria. Aus Mailand schreibt Albert Liebesbriefe an Mileva. Er nennt sie Doxel. Das ist schwäbischer Dialekt und heißt Püppchen. Da sind sie schon sehr verliebt. Albert will Mileva heiraten. Seine Eltern sind nicht einverstanden. Vor allem Alberts Mutter will diese Mileva gar nicht gefallen. Sie denkt... Diese Frau hinkt. Sie ist nicht reich. Sie ist Serbin. Sie ist zu alt für Albert. Auch der Vater ist skeptisch. Albert, sagt er sehr ernst zu seinem Sohn. Eine Frau ist ein Luxus. Wer kein Geld hat, kann nicht heiraten. Studiere erst zu Ende. Such dir eine Arbeit. Dann sehen wir weiter. Vier Jahre später ist Albert mit dem Studium fertig. Wie geht es jetzt weiter? Eine Universitätskarriere. Eine schöne, sichere Stelle als großer Professor oder Wissenschaftler? Albert bewirbt sich bei Universitäten in ganz Europa. Von Pisa bis Stockholm. Nichts. Albert Einstein ist nach dem Studium arbeitslos. Nach langer Suche findet er eine Stelle beim Patentamt. Er verdient wenig, aber die Stelle ist sicher. Endlich, sagt Mileva. Jetzt können wir heiraten. Sie ist froh, denn sie liebt ihren Albert sehr. Und er liebt sie. Vier Jahre arbeitet Albert im Patentamt. Er wird Vater eines Sohnes, Hans. Büro, Familie und Physik. Das ist jetzt Alberts Leben. Ja, denn er hat die Physik nicht vergessen. In seiner Freizeit trifft er sich oft mit zwei Freunden. Sie sind Physiker, so wie er selber. Und die drei gründen zusammen die Akademie Olympia. Ich weiß, du denkst, das ist so ein Club zum Bier trinken und Spaß haben. Aber wir arbeiten ganz ernsthaft an physikalischen Problemen. Viel ernsthafter vielleicht als an den richtigen Akademien. Mileva ist ein bisschen neidisch. Physikalische Theorien interessieren sie auch. Aber sie ist jetzt Hausfrau und Mutter und bleibt abends zu Hause bei ihrem Kind. Die Relativitätstheorie 1905 ist ein wichtiges Jahr im Leben Einsteins. Für die Physik und für die ganze Menschheit. 1905 veröffentlicht Albert Einstein vier Artikel über die spezielle Relativitätstheorie. Die Themen sind die Natur und die Geschwindigkeit des Lichts. Aber auch die Theorien Isaac Newtons über Zeit und Raum. Die Relativitätstheorie ist nicht nur neu, sie revolutioniert die Physik. Sie ist einfach genial. Doch nach der Veröffentlichung seiner Artikel bleibt in Einsteins Leben alles, wie es war. Wollen meine Physikerkollegen von meiner Theorie denn gar nichts wissen? fragt sich Einstein. Muss ich also das ganze Leben am Schweizer Patentamt arbeiten? Freunde raten ihm, sich noch einmal an der Universität Zürich zu bewerben und seine vier Artikel zu schicken. Das tut Albert auch. Der Professor für Theoretische Physik der Universität liest die Artikel. Aber gibt Albert die Stelle nicht. Was dieser Einstein schreibt, versteht doch kein Mensch, meint der Professor. Drei Jahre später gibt es endlich etwas Neues. Albert ist 29. Die Relativitätstheorie wird langsam bekannt. Viele Physiker sind noch skeptisch. Aber die Besten wissen schon, wir sind auf dem Weg zu einer neuen Physik. Einstein, dieser unbekannte junge Mann aus der Schweiz, hat uns den Weg gezeigt. Max Planck, der bekannteste Physiker der Zeit, ist sich sicher, dass Einstein mit seiner neuen Theorie recht hat. 1909. Albert Einstein wird Professor in Zürich. Seine Studenten mögen ihren exzentrischen jungen Lehrer. Er ist anders als die anderen Professoren. Seht nur, wie er angezogen ist. Seine Hosen sind zu kurz, seine Jackeuhr alt und Strümpfe trägt er gar nicht. Morgens beim Anziehen hat er wohl anderes im Kopf als seine Kleidung. Das ist richtig. Er denkt an vieles. An sein Aussehen denkt er nicht. Im selben Jahr noch fährt Einstein zum Physikerkongress in Salzburg und lernt viele wichtige Physiker kennen. Die Wissenschaftler wissen jetzt, wer Einstein ist. Eines Tages bekommt er einen Brief. Er zeigt ihn seiner Frau. Man bietet ihm eine Professur in Prag an. Ist die Stelle gut bezahlt? Fragt Mileva. Sie muss ans Geld denken. Einsteins haben immer finanzielle Probleme. Sie haben jetzt zwei Kinder. Ja, sehr gut. Dann nimm die Stelle an. Na gut, sagt er. Große Lust habe ich nicht nach Prag. Aber wir haben das Geld nötig. Das Leben in Prag behakt Albert nicht besonders. Die Stadt gehört zu Österreich. Hier leben Deutsche und Tschechen, Christen und Juden. Zwischen diesen Gruppen gibt es immer wieder Reibereien. Die Deutschen mögen die Tschechen nicht. Die Tschechen wollen mit den Deutschen nichts zu tun haben. Und alle hassen die Juden. Das ist alles nichts für mich, denkt Albert. In Prag lernt Albert Franz Kafka kennen. Den Mann, der die Verwandlung geschrieben hat. Auch Kafka ist deutschsprachiger Jude, so wie Einstein. Kafka will den Physiker für seine zionistische Gruppe interessieren. Einstein ist nicht begeistert. Er denkt über das Licht und die Zeit nach. Er fühlt sich im Universum zu Hause. Nur ein Jahr lang bleibt die Familie in Prag. Im Jahre 1912 wohnen Albert und Mileva mit ihren Kindern wieder in Zürich. Jetzt hat man großen Respekt vor ihm. Max Planck hat gesagt. Albert Einstein ist der Kopernikus des 20. Jahrhunderts. Die große Physikerin Marie Curie hat Albert aus Paris einen Brief geschickt. Ich bewundere ihre Theorien, hat sie geschrieben. 1913 Einsteins Leben in Zürich. Sie führen ein ruhiges, bequemes Leben ohne finanzielle Sorgen. 1913 Albert lehrt an der Universität. Er schreibt. Er denkt nach. Aber dann geschieht etwas. Eines Tages bekommt Albert Besuch. Die zwei Männer an seiner Tür kommen aus Berlin. Es sind Walter Ernst und Max Planck. Lieber Herr Einstein, wir wollen Sie bei uns in Berlin haben. Am Kaiser Wilhelm Institut haben wir die richtige Stelle für Sie. Als Direktor. Das Kaiser Wilhelm Institut für Physik ist eines der besten Institute, vielleicht das beste Institut der Welt. Doch Albert antwortet nicht sofort. Kaiser Wilhelm, zurück nach Deutschland, denkt er. Deutschland ist ein durch und durch militarisiertes Land. Darum bin ich doch Schweizer geworden. Max Planck hat noch ein Argument in Reserve. Einstein, in Berlin brauchen Sie keine Vorlesungen zu halten. Wir wollen Sie als Wissenschaftler, nicht als Lehrer. Endlich genug Zeit zur Forschung, zum Lesen, Schreiben, zum Nachdenken. Albert nimmt die Stelle an. Kapitel 4 Einstein als Star 1914 Kein normales Jahr. Es gibt Krieg. Der Erste Weltkrieg beginnt 1914. Albert wird Nichtsoldat. Er bleibt in Berlin und arbeitet. Er arbeitet an seiner Relativitätstheorie weiter. Deutschland führt Krieg. In Berlin gibt es nicht viel zu essen. Albert arbeitet zu viel und wird krank. Als er krank wird, ist er allein in Berlin. Mileva lebt mit den beiden Kindern wieder in der Schweiz. Albert und sie verstehen sich schon lange nicht mehr. Deshalb leben sie getrennt. Im Mittelpunkt von Alberts Welt steht die Physik. In Mileva sieht er nur noch die Mutter seiner Kinder. Mileva will mehr. Sie hatten doch einmal zusammen studiert. Hatten sich geliebt. Sie will seine Partnerin sein. Will mit ihm über Physik sprechen. Aber Albert spricht jetzt mit Männern wie Max Planck über seine Gedanken. 1919 lassen sich Albert und Mileva scheiden. Albert liebt Elsa, seine Cousine. Sie ist ganz anders als Mileva, erzählt Albert einem Freund. Elsa ist gutherzig und mütterlich. Physik interessiert sie nicht. Und sie kocht so gut. Alberts Krankheit dauert ein Jahr. Elsa ist die ganze Zeit immer für ihn da. Noch im selben Jahr heiraten Albert und Elsa. Seit 1918 ist der Krieg vorbei. Das große Publikum interessiert sich für Einstein und seine Theorie. Die Zeitungen bringen Artikel über den genialen Berliner Physikprofessor. In Illustrierten kann man sein Foto sehen. Der Mann mit dem Schnurrbart ist auf der ganzen Welt bekannt. Ein zweiter Newton, heißt es. Ein neuer Kopernikus. Was sagt er? Zeit und Raum sind nicht absolut. Rund um die Erde ist das Universum krumm. Wer schnell fährt, kommt jünger zurück. Man versteht Alberts Theorie nicht genau. Das macht nichts. Die Welt ist fasziniert. Albert arbeitet an seiner Theorie weiter. Albert schreibt und sucht nach einer neuen, allgemeineren Formel. Albert versucht zu erklären, wie die Welt und das Universum aussehen. So wird der Physiker berühmt, so wird er ein Star. Zum größten Genie des 20. Jahrhunderts. Man ruft ihn an, schickt ihm Einladungen. In einem Musical in London soll er sich selber spielen. Eine Einstein-Zigarre kommt auf den Markt. Eine Zigarre? Ist das nicht lustig? Fragt Albert seine Frau. Für die Leute bin ich jetzt so etwas wie eine Primadonner. Reporter aus aller Welt wollen mich interviewen. Jemand will über mich einen Film machen. Jeder kennt meinen Namen. Elsa lacht. Das ist wirklich etwas Neues. Ein Physiker als Star. 1922. Eines Tages bekommt Albert Post. Der Brief kommt aus Schweden. In dem Brief steht, dass Albert Einstein den Nobelpreis für Physik bekommt. Nicht für die Relativitätstheorie, sondern für eine kleinere Arbeit Einsteins über den photoelektrischen Effekt. Die Relativitätstheorie ist dem Komitee in Stockholm noch zu revolutionär. Der Nobelpreis, das heisst 22.000 Dollar. Einstein nimmt den Preis an. Das Geld schickt er in die Schweiz. Mileva mit den zwei Kindern kann es brauchen. Im selben Jahr kommt Deutschland in eine schwere Krise. Inflation, Arbeitslosigkeit und Armut. Den Menschen geht es schlecht. Viele Jahre lang. Sie wollen wissen, warum. Die Kriegskosten, die Reparationen, die Krise auf dem Weltmarkt. Ein junger Politiker hat eine einfachere Antwort. Es sind die Juden, sagt er. Die Juden leben gut, denn sie haben die Banken. Die Juden kontrollieren das Land. Zusammen mit den Kommunisten. Viele Menschen glauben, was dieser Mann sagt. Er wird im ganzen Land bekannt. Berühmter als Einstein. Adolf Hitler. Einstein ist, wie jeder weiß, Jude. Hitler und seine Leute hassen die Relativitätstheorie. Das ist jüdische Subversion, sagen sie. Sie wollen eine deutsche Physik. Zeit und Raum und Universum. Das alles soll bleiben, wie es war. Einstein ist Pazifist. Schon im Ersten Weltkrieg hatte er gegen die deutsche Arroganz und Brutalität protestiert. Einstein will von Generälen und Kanonen, von Marschmusik und Paraden nichts wissen. Militarismus ist ein Produkt der menschlichen Dummheit, sagt er. Die Nationalsozialisten wollen ein starkes Militär. Deutschland soll wieder groß werden. Sie wollen marschieren. Sie hassen Einstein. Am Anfang sind nicht viele Deutsche für Hitler. Aber es werden immer mehr. Auf der Straße und an den Universitäten kommt es zu antisemitischen Demonstrationen. Einstein hat sich nie für Politik interessiert. Jetzt muss er etwas tun. Berlin ist ein Zentrum der Kultur, der Mode und Musik, aber auch der Wissenschaften. Einstein arbeitet an seinen Theorien. Wie immer. In seiner Freizeit segelt er gern. Aber Einstein tut nicht nur das. In diesen Jahren beginnt sein Kampf gegen den Krieg und gegen den Antisemitismus. Einstein hält Vorträge über Politik. Man lädt ihn ein. Er reißt viel. In ganz Europa nimmt der Antisemitismus zu. Bei Einsteins Vorträgen gibt es Demonstrationen von antisemitischen Gruppen. Wenn das so weitergeht, sagt Einstein zu Philipp Frank, einem Kollegen und Freund, kann ich als Jude keine zehn Jahre mehr in Deutschland bleiben. Seine Frau Elsa hat Angst. Früher oder später passiert etwas. Musst du immer zu diesen Vorträgen und Konferenzen fahren? Ich muss etwas gegen die Nazis tun, sagt er. Ich bin immer noch sehr populär. Die Leute hören auf mich. Gegen den Krieg und gegen die Antisemiten. Wer soll es tun, wenn nicht ich? Zehn Jahre zuvor hatte Einstein nichts von den Zionisten wissen wollen. Ich bin auch Jude, hatte er gedacht. Aber das ist nicht wichtig. Mit Israel habe ich nichts zu tun. Jetzt sieht Albert das anders. Wir brauchen einen jüdischen Staat. Da haben wir endlich Frieden. Chaim Weizmann, der Zionistenführer, fährt in die USA. Er will dort Geld sammeln. Er bittet Einstein, mitzukommen. Wenn wir genug Geld sammeln, können wir in Jerusalem eine Universität gründen, erklärt er dem Physiker. Einstein fährt mit dem Schiff nach New York. Er kommt zum ersten Mal nach Amerika. Noch auf dem Schiff hört er die Menschen jubeln. Journalisten und Fotografen kommen an Bord. Einstein! Da ist er! Einstein! Albert steht da, die Pfeife im Mund und die Geige in der Hand. Siehst du, sagt Albert zu Elsa. Ich bin wirklich ein Starr. Eine Menschenmasse steht da am Ufer. Sie lieben dich, sagt Elsa bewundernd. Albert lacht. Sie lieben meine Theorien. Aber sie verstehen kein Wort davon. Meinst du? Und warum also das alles? Das ist es ja. Sie lassen sich von dem faszinieren, was sie nicht verstehen. Das hat etwas Geheimnisvolles. Albert und Elsa gehen langsam die Treppe hinunter. Freundlich grüßt Einstein die Menschenmenge. Die Leute klatschen laut. Einsteins Reise durch die USA ist lang. Er trifft den Multimillionär Rockefeller. Er fährt nach Kalifornien und lernt viele berühmte Menschen aus der Welt des Films kennen. Den Chef von Universal Studios. Die Schauspieler Douglas Fairbanks und Charlie Chaplin. Mit Chaplin versteht er sich gut. Sie sprechen auch über die Situation in Deutschland. Wenige Jahre später dreht Chaplin den Film The Great Dictator. Albert sammelt Geld für die Universität Jerusalem und fährt nach Europa zurück. Es war eine schöne Reise, erklärt er. Nur die vielen Reporter und Fotografen stören doch sehr. Da freue ich mich auf meinen Garten, wo ich meine alten Hosen tragen, die Pflanzen betrachten und in Ruhe über physikalische Probleme nachdenken kann. In der Nähe von Berlin hat Albert sich an einem kleinen See ein Häuschen mit Garten gekauft. Dort kann er ungestört segeln, im Garten arbeiten und faulenzen. Aber er ist nicht oft zu Hause. Er ist viel unterwegs, nicht als Tourist. Er fährt nicht ans Meer oder in die Berge. Er fährt in fremde Städte und fremde Länder, um dort über den Frieden zu sprechen. Nichts hasst er so sehr wie den Krieg und das Militär. Die Staaten sollen ihr Militär abschaffen. Dann gibt es keinen Krieg mehr. Nur wenige akzeptieren Einsteins radikalen Pazifismus. Das ist doch utopisch, sagen sie. 1933. Einstein macht Ferien in Belgien. Im Radio hört er die Nachricht. Hitler ist Reichskanzler geworden. Bald kommen neue, schlechtere Nachrichten aus Deutschland. Die Nazis haben auf dem Berliner Opernplatz ein Fest gefeiert. Sie haben ein großes Feuer gemacht und die Bücher jüdischer, kommunistischer, pazifistischer, sozialistischer und demokratischer Autoren und Autorinnen verbrannt. Karl Marx, Thomas Mann, Alfred Döblin, Arthur Schnitzler. Die Liste ist lang. Natürlich sind auch Einsteins Bücher unter den verbrannten Büchern. Einsteins Name steht auf der schwarzen Liste der Nazis. Es ist soweit, sagt Albert zu seiner Frau. Wir müssen weg. Albert und Elsa Einstein emigrieren in die USA. Sie kommen nie wieder nach Deutschland zurück. Einstein wird Amerikaner. Einsteins fahren zum zweiten Mal in die USA. Dieses Mal ist es, um ein neues Leben anzufangen. Wieder geht es mit dem Schiff nach New York. Von dort nach Princeton. In Princeton hat Albert Einstein eine Stelle am Institute for Advanced Studies. Das ist ein neues, kleines Elite-Institut für Mathematik und theoretische Physik. Princeton ist ein komisches, kleines Dorf, findet Albert. Hier wohnen nur Snobs. Einige sehen aus wie Halbgötter auf Stelzen. Aber es ist sehr ruhig. Das Leben unter Halbgöttern auf Stelzen gefällt Einstein bald schon sehr gut. Es gibt auch einen See in der Nähe, auf dem er segeln kann. In Princeton führt er das ruhige Leben, das er sich immer gewünscht hat. Als Professor am Institut braucht er keine Vorlesungen zu halten. Ab und zu kommt ein Doktorand und spricht mit ihm über Physik. Seine Freunde und Kollegen in Deutschland hat Einstein nicht vergessen. Vielen kann er noch helfen. Manche kann er nach Amerika holen. In Einsteins Haus trifft sich oft eine Gruppe von Freunden, die zusammen Musik machen. Einsteins Frau Elsa stirbt nach drei Jahren in Princeton. Aber Albert ist nicht allein. Seine Sekretärin, Helen Dukers, wohnt bei ihm und hilft ihm bei allen praktischen Problemen. Einstein wird auch in Princeton bald zur Legende. Er trägt noch immer keine Strümpfe, auch im Winter nicht. Seine Hosen sind immer noch zu kurz. Seine Haare sind weiß geworden. Er trägt sie jetzt lang. Jacken will er nicht mehr anziehen. Zu unbequem. Im Winter sind lange, dicke Pullover besser. Nachdenklich geht er durch die Straßen der kleinen Stadt und vergisst manchmal, wo er wohnt. Entschuldigen Sie, soll er einmal einen Studenten gefragt haben. Wissen Sie vielleicht meine Adresse? Ich habe vergessen, wo ich wohne. Er fährt auch gerne Rad. Autofahren kann er nicht. Autofahren, das ist mir zu kompliziert, hat er gesagt. Bei offiziellen Empfängen langweilt er sich. Er hört nicht, was die Redner sagen. Er denkt nach und schreibt auf ein Stück Papier. Oder auf das Festprogramm. Das ist auch nicht anders, als man ihn selbst feiert. Albert Einstein. Der Redner spricht über ihn. Er hört nicht zu. Der Redner beendet seine Rede. Alle stehen auf und klatschen. Stehen Sie auf, sagt die Sekretärin. Einstein steht auf, lächelt und klatscht auch, wie die anderen. Die Leute applaudieren ihn, informiert ihn die Sekretärin. Einstein klatscht nicht mehr. Er lächelt und setzt sich wieder. Die Amerikaner lachen über Einstein. Aber sie lieben und bewundern ihn auch. Ist er nicht am Ende Amerikaner? Das Jahrhundertgenie ist aus dem Land der Nazis nach Amerika gekommen, um hier in Freiheit leben zu können. Albert ist den Amerikanern für sein ruhiges und komfortables Leben in Princeton dankbar. Er weiß, was in der Welt passiert. Wie viele Menschen in Europa, in Asien, in Afrika, an der Front und zu Hause im Krieg umkommen. Zusammen mit der Sowjetunion und Großbritannien führt Amerika Krieg gegen Deutschland. Gegen die Nazis geht es nicht anders. Dieses Mal gibt es keine Alternative zum Krieg, sagt Einstein, der Pazifist. Die Atombombe. Otto Hahn, ein alter Freund von Albert und Fritz Strassmann, machen ein Experiment. Sie wollen einen Atomkern spalten. Es klappt. Es wird energiefrei. Sehr viel Energie. Die beiden Physiker arbeiten in Berlin. Für Hitler. Einstein hört von dem Experiment und denkt, wie viele Physiker, dann kann man eine Bombe bauen. Aber wie? Das Konstruktionsprinzip ist noch nicht klar. Im Juli des Jahres 1939 besucht der Physiker Leo Schillert Einstein in seinem Ferienhaus auf Long Island. Schillert erklärt Einstein das Prinzip der Kettenreaktion. Bei jeder Kernspaltung werden drei Neutronen frei und können drei Kerne spalten. Erst eins, dann drei, dann neun, siebenundzwanzig, einundachtzig. Die Neutronen sind am Anfang zu schnell. Wir müssen sie verlangsamen. Aber... Das ist die Bombe, weiß Einstein. Wir müssen etwas tun. Einstein schreibt einen Brief an den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Deutschen können eine neue Bombe bauen, schreibt er. Diese Bombe ist stärker als alle Bomben in unseren Arsenalen zusammengenommen. Amerika muss diese Bombe auch bauen. Der Präsident reagiert sofort. Er ruft das Manhattan-Projekt ins Leben. Die Deutschen können die Atombombe bauen? Dann können wir das auch. Und wir müssen schneller sein. Viele emigrierte Physiker arbeiten mit. Enrico Fermi aus dem faschistischen Italien. Edward Teller und Rudolf Oppenheimer aus dem nationalsozialistischen Deutschland. Amerika. Die freie Welt muss den Krieg gegen die Nazis gewinnen. Gegen Deutschland, gegen Italien, gegen Japan. Albert bleibt in Princeton. Für das Manhattan-Projekt ist er zu alt. Um Geld zu sammeln, schreibt er einen seiner Artikel über die Relativitätstheorie mit der Hand ab. Bei einer Auktion bezahlt jemand 6 Millionen Dollar für dieses Dokument. Das Geld schenkt Einstein den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist mein Beitrag für den Krieg gegen Hitler, sagt er. Am 8. Mai 1945 kapituliert Deutschland. Aber der Krieg gegen Japan geht weiter. Am 6. August fliegen zwei amerikanische Flugzeuge über Hiroshima und Nagasaki. Zwei Bomben fallen auf die beiden Städte. Es gibt mehr als zwei Millionen Tote. Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende. Albert Einstein erklärt. Ich habe nie an der Atombombe gearbeitet. Überhaupt nicht. Ich habe mit der Bombe so viel oder so wenig zu tun, wie jeder andere auch. Vielleicht ein klein bisschen mehr. In den letzten Jahren seines Lebens ist Albert Einstein oft krank. Er arbeitet weiter. Er ist auf dem Weg zu einer neuen, noch allgemeineren Theorie. Das Parlament des neuen Staates Israel will Einstein zum Staatspräsidenten machen. Aber das ist nichts für ihn. Von Menschen verstehe ich nichts, antwortet er. Seine letzte Theorie wird nicht mehr fertig. Am 18. April 1955 stirbt Albert Einstein in Princeton. Ich habe meine Sache hier getan. Sollen seine letzten Worte gewesen sein. Zum später. Bis zum nächsten Mal. Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.